Der Herbst hat weite Landesteile fest im Griff. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. In den Alpen, da sieht das etwas anders aus. Da sind heute oberhalb von 1400 Metern schon Schneeflocken mit dabei. Und zum Wochenende hin und Anfang nächster Woche, da wird die Schneefallgrenze nochmal deutlich sinken. Da lohnt es sich doch dann schon direkt die Handschuhe, die Wintermütze und auch die Stiefel wieder rauszusuchen. Bevor wir uns das genauer ansehen, schauen wir aber erstmal auf die Großwetterlagenkarte. Und da sehen wir, Tiefdruckgebiet Doris wird mit seiner Warmfront auf uns zukommen. Und die wird dann vor allen Dingen den Norden des Landes treffen. Dahinter kann dann auch erstmal warme Luft zu uns strömen. Die Kaltfront und dann auch diese kalte Luft, die hinter der Kaltfront herankommt, die wird aber auch nicht lange auf sich warten lassen. Heute Nachmittag, da kommen die Werte dann auf 9 bis 18 Grad voran. Besonders an den Alpen wird es frisch bleiben. Im Osten, da wird es am wärmsten. Dazu werden immer wieder Regenschauer niedergehen. Diese wechseln sich aber mit freundlichen Abschnitten ab. In der Nacht, da werden die Werte schließlich auf 11 bis 3 Grad zurückgehen. Es sind einige Wolken unterwegs. Häufig können wir dennoch die Sterne sehen. Dazu fallen dann Regenschauer vor allen Dingen im äußersten Norden an der Küste. Und auch im Südosten sind ein paar Regenschropfen mit dabei. Im Verlauf des Tages werden dann morgen die Werte auf stellenweise 11 bis 19 Grad klettern. Dazu fällt dann eben genau da, wo die Warmfront langziehen wird, Regen, also im Nordwesten des Sandes. Ein bisschen Niesel wird auch noch weiter in den Süden vorankommen. Dazu sind dichte Wolken unterwegs. Ab und zu, da kann sich aber auch mal zumindest für kurze Zeit die Sonne durchsetzen. Das gelingt dir besonders gut im Südwesten. Am Freitag, da sind dann auch dichte Wolken unterwegs und nochmal einige Regentropfen. Aber hier kann die Sonne sich auch mal zeigen. Und das bei Werten zwischen 13 und 20 Grad. Am Samstag, da wird es dann kühler. Es werden noch 10 bis 16 Grad erreicht. Es sind auch schon wieder mehr Schauer und dichtere Wolken unterwegs. Am Sonntag, da kann sich vor allen Dingen im Norden nochmal die Sonne zeigen. Ansonsten sind viele dichte Wolken am Himmel zu sehen. Und es fällt Regen in den Alpen, dann auch Schnee. Bei Temperaturen zwischen 3 und 14 Grad wird es dann tendenziell schon wesentlich kühler als am Samstag. Schauen wir noch einmal auf die Schneefallgrenzen. Da sehen wir schon in weiten Teilen des Landes, da werden wir noch keinen Schnee bekommen. Da bleibt es weiter herbstlich. Nur in den Alpen und am Alpenrand, da kann es schon ein bisschen winterlich werden. Am Sonntagfrüh, dann über 1000 Meter stellenweise Schnee. Und dann teilweise auch schon Schneeflocken über 1200 Metern. Schauen wir uns das einmal noch am Dienstag, beziehungsweise in der Nacht zu Dienstag an. Da sehen wir, dass die Schneefallgrenze da nochmal etwas sinkt. Dann teilweise haben wir dann schon Schnee oberhalb von 1000 Metern. Und dann stellenweise auch schon über 900 Metern. Das heißt, die Schneefallgrenze, die wird dann Anfang nächster Woche sogar unter die 1000 Meter Marke sinken. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Klickt auch noch schnell auf Abonnieren, dann seid ihr richtig gut informiert. Habt einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.